Es geht jetzt hier leicht darum, wer das Ding des Jahres gewinnt. Und deswegen holen wir die anderen Erfinder direkt zu uns. Hier sind sie. Hier sind Fritz Grech, Max, Tom und Paul. Sehr gerne. Petra Amzol-Gadri und Caroline Fiechter. Und natürlich Ulrich Müller. Willkommen zurück. Das sind sie, die vier Finalisten von Das Ding des Jahres 2018. Sie dürfen nach wie vor anrufen. Entscheiden Sie, für wen Sie hier abstimmen. Wen möchten Sie hier als Sieger heute rausgehen sehen? Wer hat Ihrer Meinung nach verdient, den Werbedeal mit nach Hause zu nehmen? Von 2,5 Millionen Euro. Einer gewinnt den Werbedeal. Bereitgestellt von Seven Ventures. Und Sie, meine lieben Damen und Herren zu Hause. Sie haben jetzt genau nur noch 90 Sekunden Zeit. Und die laufen ab jetzt. Die letzten 90 Sekunden entscheiden Sie sich für den Drichter, für den Fritz Frech. Dann wählen Sie die 01379 36 36 0, die Endziffer 3. Oder senden Sie C an die 40 400. Sie können Sie auch für den Tronik Drive entscheiden. Das ist die 01379 36 36 0, 4 oder D an 40 400. Leave Republic hat die Nummer 01379 36 36 0, die 7 oder Sie senden G an 40 400. Wenn Sie sagen, Faltos, das ist es für mich. Dann wählen Sie bitte die 01379 36 36 0, die Endziffer 8. Oder senden H an 40 400. Liebe Jury, wir haben noch 36 Sekunden. Ihr dürft jetzt schnell euren Tipp abgeben. Für wen würdet ihr jetzt hier abstimmen? Für wen würdet ihr anrufen? Herr Moog. Ich würde alles nehmen. Nein. Auf jeden Fall. Einmal festlegen. Ein Produkt. Entscheiden Sie sich jetzt. 17 Sekunden. Drichter. Drichter. Lena. Sag du erst. Lena. Nee, Joko soll es erst sagen. Fahrrad. Okay. Tronik Drive. Lena. Hätte ich auch gesagt. Und das war's. Die Leitungen sind damit geschlossen. Es steht fest. Ihr habt euch gerade festgelegt. Lena und Joko würden mit dem Tronik Drive gehen. Herr Moog würde sich auf den Drichter hier konzentrieren. Die Leitungen sind, wie gesagt, geschlossen. Sie haben abgestimmt. Sie haben sich entschieden. Für Ihren Finalisten. Wer macht das Rennen? Wer wird hier mit seinem Produkt, mit seiner Erfindung der Sieger von Das Ding des Jahres? Wir haben einen Monat auf diesen Moment hier gewartet. Und wir wollen es natürlich wissen, für wen haben Sie sich zu Hause entschieden. Die Balken bitte ab. Die Balken bitte ab. Und jetzt ist es sehr, sehr knapp mit 18 und 20 Prozent. Für wen haben 18 Prozent unserer Zuschauer angerufen? Wer ist leider, muss man auch an dieser Stelle sagen, jetzt an dieser Stelle raus und nicht mehr dabei? 2,5 Millionen Euro bekommt natürlich hier nur der Sieger, aber mit 18 Prozent wurde wer gewählt? Der Drichter! Der Drichter! Der Drichter! Der Drichter ist da mit raus. Sehr, sehr knapp, wie gesagt, dort hinten auf den letzten Plätzen mit 20 Prozent. Für wen hat es hier leider nicht ganz gereicht heute Abend? Tronic Drive, Lena und Jokos Tipp hier, es tut mir leid, aber das ist euer Applaus. Viel Glück auch euch weiterhin, viel Glück mit der Kennzeichnung. So, und jetzt, jetzt gilt es, entweder Leave Republic oder Faltos, wer wird hier der Sieger von Das Ding des Jahres? Für welches Produkt haben Sie gestimmt? Welches ist die Erfindung, die er heute als Sieger hervorgeht mit? 35 Prozent haben Sie zu Hause entschieden und der Sieger und damit das Ding des Jahres ist... Wir machen so ein bisschen. Come on! Oh, Faltos! Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Du hast 2,50 Euro im Euromar für Deal gewonnen! Ulrich Müller ist der große Gesieger hier bei das Ding des Jahres! Mit dem Faltos! Schade für euch auch! Ulrich, komm noch mal kurz zu mir! Glückwunsch! Glückwunsch! Du hast das Ding gemacht! Und du bist die ganze Zeit ganz bescheiden dabei, das muss man auch sagen! Wie ist es für den? Dankeschön! Entschuldigung, ich bin ganz ganz bescheiden, weil ich freu mich so! Glückwunsch! Das ist jetzt dein Moment! Du kannst ein paar Worte sagen! Wie ist es für dich gerade? Es ist einfach unbeschreiblich! Einfach nur schön! Du hast den 2,5 Millionen Euro Deal gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Ulrich Müller! Faltos ist das Ding des Jahres 2018! Glückwunsch! Vielen Dank! Vielen Dank Ihnen fürs Anrufen, fürs Zusehen! Vielen Dank an die Schüler Lena Werke, Hans-Jürgen Mob und Joko Winterscheid! Vielen Dank an das ganze Team von das Ding des Jahres! Andro Sieben! Vielen Dank auch an den Chef! Und hier geht es jetzt weiter mit der Comedy Show! Und Montagabend! Late Night Night Live! Klaas Heifer Umlauf! 23 Uhr! Einschalten! Viel Erfolg Klaas für dich! Und vielen Dank Ihnen fürs Zusehen! Schönen Abend Ihnen! Machen Sie gut! Mega gut! Echt toll! tapos! where are we! It's your B valve! Beh if you want to do what you wanna do! I can tell you what it's hard for, too! It's your B valve! Do what you wanna do, too! Ein circularer Applaus für das Ding des Jahres! Vielen Dank.